Der Allmächtige sagt, das muss ein feines Gefecht sein, wo so viel vornehmes Volk zusammentrifft. Wo ist dein Respekt? Für euer freundliches Erscheinen auf diesem Schlachtfeld hier. Gebührt euch Dank. Das hier ist unsere Armee. Wer dazugehören will, muss sich beugen. Ich beuge mich nur vor Schottland. Und wenn das hier eure Armee ist, wieso rennt sie davon? Wir sind nicht gekommen, um für die unseren Kopf zu verlieren. Wir gehen heim. Die Engländer sind zu viele. Ihr Söhne von Schottland, ich bin William Wallace. William Wallace ist zwei Meter groß. Ja, habe ich gehört. Er kann Männer zu Hunderten umbringen. Und wenn er bei uns wäre, hätte er den Feind schon lange mit Feuerwehren aus seinen Augen verziert. Und mit Blitzschlägen aus seinem Arsch. Ich bin William Wallace. Und ich sehe hier eine ganze Armee meiner Landsleute vor mir, die sich der Feigentyrannei widersetzen. Ihr kommt, um als freie Männer zu kämpfen. Und freie Männer seid ihr alle. Was würdet ihr tun ohne Freiheit? Wollt ihr kämpfen? Nein, wir laufen davon und überleben. Oh ja, kämpft und ihr sterbt vielleicht. Flieht und ihr lebt. Wenigstens eine Weile. Und wenn ihr dann in vielen Jahren sterbend in eurem Bett liegt, wärt ihr dann nicht bereit, jede Stunde einzutauschen, von heute bis auf jeden Tag, um einmal nur, ein einziges Mal nur, wieder hier stehen zu dürfen, um unseren Feinden zuzurufen, ja, sie mögen uns das Leben nehmen. Aber niemals nehmen sie uns unsere Freiheit! Aber Kepler!